Damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Mountain Blade, der Polic War ist heute zur Feder der Romanovs gegen das 10. JPH. Wünscht uns viel Glück, dass wir das schaffen und ich hoffe mal, wir gewinnen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ähm, Henker, du bitte. Boah, das ist schwer. Wir haben ja richtig gute Leute teilweise stehen, du. Das heißt teilweise, die komplette Linie. Ähm, ja, Jay, dich hätte ich dann tatsächlich als nächstes genommen. Bitte, danke. So, dann haben wir 15 Mann. So. Dann haben wir zwei Mann überstehend. Heißt, wir können wieder eine Trommel und eine Flagge mitnehmen. Nee, du garantiert nicht. Ja, du kannst, äh, ne Flagge mitnehmen. Nee, nee. Äh. Ja, was hast du denn anderes? Ich kann diese Runde nicht. Du kannst diese Runde nicht. Dann solltest du mal rausgehen und reinkommen kann. Meister Nikow, falls er da ist. Ah, sehr gut. Persönlich hätten wir nicht reinkommen. Äh, so. Weitere Meldungen, Dex-Routine? Seine Gegner wieder weniger. Moment. Dex-Routine? Meldungen? Ja, nein. Muten? Entmuten? Nein. Gut. Das ist die Stresszigarette. Äh, das ist dämlich. Was ist dämlich? Dass die jetzt nur 11 von haben. Das ist dämlich. Dürfen die trotzdem 15, manche? Nee, passt. Passt alles. Wir brauchen immer noch einen Trommel. Da, ein Hussar. Bitte. Danke. Der Unteroffizier Asen kann rein. Ich weiß aber nicht, ob mein Ping stabil ist. Achso, dann lass es lieber. Dann kann mich wieder rein. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Dann Cobra, bitte. Nee, nein. Halt. 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 Das ist so, wie es ist. So ist gut. So ist gut. Dürfen die Flagge und die Trommel eigentlich mitkämpfen, oder? Nein. Da komme ich jetzt dazu. Flaggen und Trommeln bleiben weg vom Charge-Geschehen. Oder sonstigem. Während ich hier vorne stehe, ist in der Linie absolute Ruhe. Ich möchte überhaupt nichts hören. Hier, ne? Nicht mal PTS, ist einfach total redeverwott. Okay? Dankeschön. So. Außer im Charge. Ja. Dann können wir jetzt ready machen. So. Jetzt, Frage, stehen Flagge und Lee, äh, Frommler bereit? Ja. Ja. Wunderbar. Schloss. Guck, guck. Gibt mir dafür auch diese Perks, die man hier dabei hat. Sssssst. Hast du grad gehört? Ruhe! Bremse. So, dann gehen wir live in die erste Runde. Ja. Dann, mir noch wasch. Deathway, der wirft Schwert weg. Pssst. Es ist scheißegal, ob er Schwert dabei hat, oder nicht. Pssst. Es ist die erste Runde. eine preußische faust rechts von mir abbrechen abbrechen links staffeln abbrechen vorbereiten aufgarten linie hat rechts um freies feuer linie haltings um freies feuer kein freies feuer abbrechen links um vorbereiten auf so jetzt werden das blocken ordentlich blocken und arbeite zusammen rechts 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 gefahren Ich bin jetzt zusammen, den ganz blocken. Dann Cobra bitte rein So, ähm, ja, da habe ich mir jetzt gerade beim Schießen ein bisschen mehr von euch erhofft Ähm, ihr hattet da jede Menge Zeit, der Gegner hatte verschossen Dementsprechend ruhig agieren, zwei Sekunden und dann schießen Ja, das war jetzt die erste Runde, ne Probe Runde Oje Und dann geht es jetzt in die, ja, weiterer neuen Runde Ich mühlt mich mal lieber, dass der... Kann ich trotzdem gleich reden, hoho, warm flüssig eigentlich, bin ich bescheuert Kann ich ja eh nicht hören Ne, he, he, he Wo man nicht schießen, das verstehe ich nicht Lege direkt zum Einschuss frei Vorbereiten zum Ausdrucken nach Marsch Vorbereiten zum Halten und Linie alt rechts zum Fressfall. Lass euch Zeit, ihr habt jede Menge davon, schön der Wandel. Kill. Noch einmal. Sehr schön. Links um. Vorbereiten zum Ausdrucken. Kehrt um. Kommandoseite wechselt. Minach, Marsch. Minach, Marsch. Zeit lassen. Abbrechen. Kommandoseite wechselt. Längs um. Mir nach Marsch. Dieser Hacker. Rechts auf Marsch. Und. Schau. 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 Männers Spieler safe runter. Komm schon. Ordentlich den Graben bilden. Keine Verluste. Achtung auf die Spammer. Rechts auf Pushen. Reist links zurückfallen. Los Push den ein. Und dann zieht ihn in die Mitte. Bleibt zusammen, Männers. Die linke Seite haltet durch. Wir sind gleich fertig mit denen. Sehr gut. Die gehen den Offizierenden weg. Geht weg. So, ihr zu dritt auf denjenigen. Komm schon. Zu dritt. Einer oben, einer unten. Die anderen warten. Die zingeln den einen, dass er nicht abhauen kann. Das ist ein Finn. Sehr gut. So muss das laufen. So. Einer kann noch rein. Ähm. Senti. Lief doch gar nicht mal so schlecht, liebe Zuschauer. Sehr gut. Fühlen wir weiter so. Ich hab' wohl geläht. Warte. Warte. Rechts vom Stoffeln. Baubahn auf Brostisch Faust. Nicht ploppen. Bitte nicht ploppen. Abbrechen. Vorbereiten zum Halten. Die in die Haltrechte zum Fressfall. Links um in der Masch. Die in die Haltrechte zum Fressfall. Ja. Schießt zurück. Auf Zeit. So schönes Rauf. Hier. Hier. Wir haben den. Wir haben den. Hier. mal nach rechts, ein bisschen nach rechts Was ist das? Ruhe ist das Mach das mal ein bisschen gut mit dem schießen Weiter in Zeit lassen Ich will rumwackeln, dass mich keiner trifft Mist! Verdammt! Mist! Gut, ihr habt es gehört Damit haben wir gelesen Letzter Schuss Gut, was macht das? Komm, schieß! Dodge! Sehr schön Männer, ich spiel das safe runter Ich will keine Toten von uns sehen Zingelt sie gleich von vornherein ein, bildet den Graben von vornherein Sehr gut Er ist noch der Offizier von allen Seiten Denkt dran, der kann links und rechts schlagen Sehr schön runter So, Flankträger, die Musiker, raus Genau, aber jetzt noch keinen So soll's sein In Hauptschuhe schon Mikrofon muted Es gibt kein PTS Sondern nur Ruhe Aber Pineapple Olaf, du musst raus Das hab ich ja identifiziert In dem Sinn darf Mal der Rekrut Legios rein Ist nicht da Oder doch Entschuldigung Rechts von mir Schlafen Linie rechts von mir Einen Schuss frei Lass euch Zeit Sobald geschossen Links um Und dann vorbereiten zum Ausrücken Wie nach Marsch Durchladen Gehen hier Halt rechts um Zielt schon mal ein Gefahrenkreuz Aber nicht anlegen Vorbereiten zum Schießen Heißt nicht anlegen So, ihr habt gleich freies Feuer Wenn ihr stehen Abbrechen links um in der Masch Linie Halt links um Ausrichten Und dann auf Halt und wir sich